Clips eignet sich sehr gut für den Stopp-Trick, in diesem Fall ist das Ziel die Fahne auf den Kopf zu zaubern und hierfür halte ich einfach mal für die erste Szene die Aufnahmetaste gedrückt, nähere mich mit dem Zauberstab, Akara Kadabra und lasse los. Jetzt gilt es vorsichtig diese Fahne zu verschieben, möglichst ohne die Figur groß zu bewegen, ein bisschen darf es schon sein und gehe wieder mit dem Zauberstab an den ursprünglichen Ort und nehme erneut drauf. Voila und jetzt wenn wir diesen Clip anschauen bzw. diese beiden Clips die zusammengehört werden, nähere mich mit dem Zauberstab, Akara Kadabra und ist doch ein recht hübscher Effekt. Natürlich könnte man das nun noch mit Musik oder Soundeffekten unterlegen, um diesen Zauber-Effekt noch zu verstärken. Um diese Szene ausserhalb von Clips verwenden zu können, tippst du auf das Teilen-Symbol unten rechts und da kannst du die verschiedenen Export-Optionen auswählen. Ich tippe auf Video sichern und damit wird das Video in meine Mediathek kopiert.